Hey, hey, Oliver Schirmer hier. Herzlich willkommen zu diesem Video und in diesem Training heute möchte ich mit dir ein Konzept teilen, nach welchem ich arbeite, nach welchem wir in unserem Team hier arbeiten und welches Konzept uns einfach ermöglicht, regelmäßig neue Partner, neue Kunden für unser primäres Geschäft zu gewinnen. Und als ich dieses System zum ersten Mal gesehen habe, da hat bei mir quasi so innerlich, ja, hat es einfach so Klick gemacht, weil, ja, in dem Moment war mir einfach sofort klar, ja, dass ich mit diesem System in Zukunft regelmäßig, ja, neue Kunden und neue Partner gewinnen kann. Und das Geniale dabei ist ganz einfach, ja, dass das Ganze eben auch auf Autopilot funktioniert und in unserem Team beweisen wir es täglich, nicht nur ich sponsor, neue Kunden und neue Partner nach diesem System, sondern auch eben unsere Teampartner. Und, ja, das System funktioniert nachweislich und es hat mich einfach, ja, frei gemacht. Also ich meine jetzt hier nicht diese finanzielle Freiheit, sondern ich meine einfach die Freiheit zu wissen, dass ich mit diesem System regelmäßig neue Partner sponsern kann. Und das macht natürlich, ja, ein Stück weit unabhängig, weil du einfach weißt, das System funktioniert und du kannst es auf jedes Geschäftsmodell anwenden. Und von dem Konzept, von dem ich spreche, es nennt sich Attraction Marketing und das werde ich dir jetzt gleich im Detail zeigen und wie, ja, ich und wie viele unserer Partner, ja, eben damit arbeiten. Und, ja, in diesem Sinne folgt mir jetzt auf mein Bildschirm, dort werde ich das System, ja, ganz im Detail erklären und dir einfach zeigen, wie, ja, ich konkret in der Praxis arbeite und was du dazu brauchst. Ja, das sind einfach nur zwei Tools und mit diesen zwei Tools kannst du, ja, dementsprechend, ja, arbeiten, kannst das System am Laufen halten und bei dem System spielt es jetzt gar keine Rolle, weil es auf Autopilot läuft. Ob du jetzt gerade in der Hängematte liegst, ob du krank bist, ob du auf Reisen bist, dein Business läuft rund um die Uhr, ja, macht keine Feiertage, ist nicht krank, es läuft einfach. Und du kannst, während du, ja, Dinge tust, die dir ebenfalls Spaß machen, dein Business weiter voranbringen. Und wenn dich dieses Konzept interessiert, dann folg mir jetzt bitte auf meinen PC und dann werde ich dir im Detail zeigen, wie dieses Konzept in der Praxis funktioniert. So, willkommen zurück auf meinen Bildschirm und, ja, ich habe ja schon angesprochen, dass es heute um das, ja, Thema Attraction Marketing geht, um das, ja, Konzept, das dahinter steckt und, ja, die Ziele und Merkmale des Attraction Marketing ist einfach, dass du, ja, quasi vom Jäger zum Gejagten wirst, ja, also, dass du, ja, Menschen für dich gewinnst, die, die mit dir arbeiten wollen. Und, ja, gerade wenn es so, wenn ich so im Network Marketing sehe, es gibt ja da so Tools, ja, und Werkzeuge, das kann man ganz gut mit dem Handwerk vergleichen. Im Handwerk gibt es, ja, ich sage mal, viele Werkzeuge, die nützlich sind. Und es gibt aber auch Werkzeuge, die sich weiterentwickeln. Ähm, als Beispiel gibt es heute hochkomplexe Maschinen, die, ja, eine gewisse Stückzahl, äh, an Teilen fertigt, vollautomatisch. Es gibt aber auch noch den Hammer, den man ab und zu braucht, um den Nagel in die Wand zu schlagen, ja. Das lässt sich jetzt mit einer Maschine, ähm, nur schwer machen. Und es gibt halt, ähm, ich sage immer, jedes Werkzeug hat irgendwo seine Berechtigung und ist für etwas nütze. Und, ähm, die Kunst ist es einfach, ähm, die richtigen Werkzeuge zur richtigen Zeit zu nutzen. Und das Attraction Marketing ist, wenn es einmal eingerichtet ist, wenn es einmal, ja, als System installiert ist, ist es das, was man jetzt im Vergleich zum Handwerk, ja, mit einer, mit einer, mit einer, ähm, Fertigungsmaschine, äh, vergleichen kann, die eben hohe Stückzahlen produzieren kann und das quasi automatisiert, ja. Man muss dann immer nur noch schauen, ähm, ob man vielleicht irgendwo korrigieren muss oder halt nicht. Und, ähm, du kannst eben im Warmmarkt arbeiten mit der Kontaktliste, ja, mit der Kontaktliste hast du dann halt, oder, oder mit einer Empfehlungsliste oder halt eben mit deinen, ähm, mit deiner Namensliste, ja, die du am Anfang erstellt hast. Und du, ähm, hast aber hier halt immer das Problem, dass das Ganze irgendwo bedeckelt ist. Das heißt, eine Kontaktliste hat irgendwo ein Ende, ja, und, ähm, hier kannst du mit Titel des Attraction Marketings, kannst du hier, ja, etwas schaffen, etwas aufbauen, das nach oben hin offen ist. Das heißt, du hast immer die Möglichkeit, regelmäßig neue Interessenten für dein Business zu gewinnen und aus Interessenten werden dann früher oder später halt eben Kunden, ja, oder Geschäftspartner. Und ein ganz entscheidender Vorteil ist beim Attraction Marketing, dass, ja, deine Firma für dein Attraction Marketing gar nicht relevant ist. Und es ist immer so, dass die Menschen Menschen folgen und nicht Firmen. Also, keiner steigt in ein Network Marketing Unternehmen ein aufgrund, ja, des Marketingplans, aufgrund, ja, der Produkte oder der Dienstleistung, sondern in der Regel kommen die Menschen wegen ihrem Gastgeber oder wegen der Person, die sie, die sie sponsert in das Unternehmen, ja. Ja, die kommt, weil, sie, die kommt in das Unternehmen, weil sie mit der Person, wo sie sich eingeschrieben hat, ähm, zusammenarbeiten möchte, ja. Und, ähm, das Attraction Marketing ist ein System, was dir einfach hilft, eine Liste aufzubauen. Eine Liste mit Interessenten, die, und das ist auch das Ziel, ja, das ist das wertvollste Gut, was du hast, deine eigene Liste, die dann früher oder später mit dir arbeiten wollen. Und wie du das machst, dass die Menschen mit dir später arbeiten wollen, da kommen wir gleich dazu. Und, ähm, wenn ich nochmal kurz auf den Punkt zurückgehe, Menschen folgen Menschen, nicht Firmen, dann ist ja die Frage einfach erlaubt, warum haben zum Beispiel in dem einen Unternehmen, beziehungsweise ist das halt auch der Beweis dafür, dass diese These richtig ist, weil es gibt, nimm mal zwei, zwei Leute der selben Firma. Der eine hat super Erfolg und der andere ist kaum erfolgreich. Das hat ja nichts mit den Produkten oder mit dem Unternehmen zu tun oder hat ja auch nichts mit dem Markt zu tun, sondern es hat einfach damit was zu tun, dass die eine Person etwas anderes macht als die andere Person. Und, ähm, letzten Endes ist dir der Schlüssel zum Erfolg eben dein Expertenstatus, ja. Die eine Person, die, ähm, erfolgreicher ist, hat halt wahrscheinlich einen größeren Expertenstatus als die Person, die kaum Leute sponsert, ja, obwohl sie in der gleichen, im gleichen Unternehmen sind. Und Attraction Marketing sorgt eben dafür, dass dein Bekanntheitsgrad steigt, dass dein Expertenstatus steigt, ja. Und, ähm, über den Listenaufbau, den ich ja eben schon kurz angesprochen habe, ähm, leidest du die Menschen in einem Sales Funnel, in einem Verkaufstrichter, ja, der dann automatisiert, ja, dafür sorgt, dass, ähm, ich sag mal, die nicht interessierten Menschen von den Interessierten ausgefiltert werden, sodass dann zum Schluss nicht nur noch die Menschen übrig bleiben, die wirklich, ja, ganz ernsthaft auch mit dir arbeiten möchten. Und wie das System jetzt dann in der Praxis funktioniert, das möchte ich dir jetzt in dem Folgenden zeigen. Und zwar siehst du, ähm, hier nochmal das Ziel des Attraction Marketing, ja, das ist die erfolgreiche Positionierung. Ja, das ist die Positionierung, ähm, innerhalb der Menschengruppe, mit der du zusammenarbeiten willst. Und das funktioniert halt, ähm, am besten, zum Beispiel über deinen Blog, über Videomarketing, wie, wie, YouTube, Vimeo, ja. Ähm, das funktioniert über Facebook, über Social Media, Werbeanzeigen, virale Mailer, Banner. Darüber generierst du quasi, ja, ich sag mal, zunächst mal deine Interessenten. Ja, ich mach's zum Beispiel, weil ich ja ein Fan des Blogs bin, wenn du einen Blogartikel schreibst über, ähm, ich sag jetzt mal, irgendein Unternehmen oder über, ähm, ja, oder über Attraction Marketing, dann bekommst du Menschen auf diesen Blogartikel, die jetzt, ähm, Interesse an, entweder dem einen oder anderen Unternehmen haben, über das du schreibst, oder, die jetzt zum Beispiel an Attraction Marketing interessiert sind. Das heißt, hier ist schon nochmal eine Vorauswahl gedruckt und die Person, ähm, die auf deinen Blog kommt, die hat grundsätzlich jetzt in dem Fall Interesse an Attraction Marketing. So, und jetzt ist die Kunst einfach daraus, ähm, aus einem Besucher, den du gar nicht kennst, der jetzt einfach auf deiner Website ist, einen Interessenten zu gewinnen. Und das machst du dann einfach in Form von einer Capture Page, wo du dann zum Beispiel, wenn jetzt die Person einen Blogartikel durchliest und den als Interessant empfindet, ein Angebot machst. Ja, dann klickt die Person da drauf und dann kommt sie auf eine Seite, wo du dich dann kurz präsentieren kannst. Das kann in Form von einem Video, das kann in Form von einem Foto sein. Einfach, dass die Menschen so einen Bezug zu dir kriegen und da kannst du dann erklären, okay, wenn du jetzt den Link unterhalb des Videos klickst, dann bekommst du XY, ja. Und, ähm, wenn die Person dann quasi klickt, also du hast jetzt hier quasi den zweiten Finder eingebaut, nämlich du hast deine eigene Persönlichkeit mit reingebracht. Und, ähm, wenn die Person jetzt auf den, auf den Button klickt, dann kommt sie auf eine Landingpage, wo du den eben versprochenen Lead-Magneten, also den Mehrwert, ähm, der Person quasi gibst. Und, ähm, diese Landingpage, ähm, da solltest du halt wirklich drauf achten, dass du, ja, dort auch wirklich Mehrwert reinpackst, dass du, dass du den Menschen zeigst, ja, was, ähm, warum sie mit dir auch zusammenarbeiten sollen. Also, du solltest dein Wissen hier komplett raushauen. Hau alles raus, was du weißt, ja, weil die, die, die Menschen müssen ja irgendwo wissen, dass du gut bist. So, und auf der Capture-Page haben sie ja dann quasi ihre E-Mail-Adresse hinterlassen. Das heißt, du baust dann quasi somit die Liste auf und auf dieser Landingpage erklärst du quasi das, was du den Menschen eben halt mitgeben möchtest, ja. Du zeigst ihnen ja quasi, was du weißt und du hilfst ihnen, ein bestimmtes Problem zu lösen. Und, ähm, wenn das passiert ist, dann gibt es jetzt auf der Page zum Beispiel zwei Möglichkeiten. Mehr die Person steigt sofort in deinem Business ein oder sie ist eben noch nicht so weit. Dann hast du sie in deinem Autoresponder drin. Das heißt, du hast einen wirklich ernsthaften Interessenten, mit dem du regelmäßig in Kontakt treten kannst. Oder, und das ist der Autopilot, von dem ich die ganze Zeit spreche, über E-Mail-Follow-up, ja quasi regelmäßig der Person neue Informationen zusenden kannst. Das E-Mail-Follow-up ist also quasi nichts anderes wie eine Aneinanderreihung von E-Mail-Sequenzen mit dem Ziel, ja, regelmäßig mit der Person in Kontakt zu treten. Das heißt, wenn die Person jetzt zum Beispiel sich einträgt, dann kannst du einmal festlegen, okay, die erste E-Mail soll einen Tag nach Eintragung versendet werden. Die zweite E-Mail soll am dritten Tag nach der Eintragung versendet werden. Oder du kannst es auch wöchentlich setzen. Oder wie du das willst, das Schöne an diesem Attraction-Marketing ist, dass es einfach persönlich ist. Du kannst es für dich so machen, wie du es für richtig hältst. Und das Genial an der Geschichte ist, dass du auch nur die Menschen in deinem Leben siehst, die das genauso sehen. Und das ist hochinteressant, weil wenn ich sehe mit den Menschen, mit denen ich kommuniziere, das ist einfach, ich sage mal, ein Spiegelbild dessen, was ich ausgesendet habe. Und das ist eine tolle Geschichte. Und das sehen wir auch bei unseren Teampartnern. Also so wie du dein Business haben willst, so kommt es dann quasi auch dementsprechend wieder zurück. Und dieses E-Mail-Follow-up, das kannst du automatisieren. Das heißt, das richtest du einmal ein und dann läuft es. Du hast quasi einen Vertriebsmitarbeiter, der permanent, regelmäßig rund um die Uhr für dich arbeitet. Und in diesem E-Mail-Follow-up, da ist der Verkauf erstmal zweitrangig, weil es geht darum, deine Marke aufzubauen. Es geht darum, den Menschen weiterzuhelfen, Vertrauen zu schaffen und ihnen einfach immer wieder zu zeigen, dass wenn sie mit dir zusammenarbeiten, dass sie dann die richtige Entscheidung getroffen haben. Und wie machst du das? Indem du einfach mehr Werte, Inhalt, also Content für deine Interessenten bereitstellst. Indem du ihnen Trainings gibst. So wie jetzt zum Beispiel dieses Video. Du siehst jetzt dieses Video und ich hoffe und ich bin eigentlich davon überzeugt, dass dieses Video einen enormen Mehrwert hat und dass dieses Video dir extrem weiterhelfen kann, wenn du für dich realisierst, wie dieses System arbeitet. Ja, weil das Einzige, wo du aktiv tätig bist, ist der Bereich links oben bei der Positionierung beim Marketing, indem du entweder Werbeanzeigen schaltest, indem du Blogartikel erstellst, indem du Videos machst oder irgendwas auf Social Media postest oder ob du Banner schaltest. Das sind so diese Dinge, die du aktiv machst. Die Capture Page hast du einmal eingerichtet, die Landing Page hast du einmal erstellt, den Autoresponder hast du einmal befüllt, aber diese Schritte laufen dann automatisiert ab. Und wenn du dann, ja, ich sag mal, innerhalb deines E-Mail-Follow-Ups es geschafft hast, gutes Vertrauen aufzubauen, gute Kommunikation mit deiner Liste hast, dann kannst du auch mal hergehen und kannst sagen, hey Leute, hier siehst du, was ich mache. Nimm dir einfach mal 15 Minuten, 20 Minuten Zeit, ja, schau dir einfach mal an, was ich mache, wenn es für dich interessant ist, gut, wenn es nicht interessant ist, auch in Ordnung, ja, aber dann hast du die Menschen auch so weit, dass sie ja sich auch die Zeit nehmen, deine Geschäftspräsentation anzusehen, weil sie haben im Vorfeld schon gesehen, ja, was du weißt, was du kannst und dass es sich lohnt, auch die Geschäftspräsentation mal anzuschauen. Und aus diesem Follow-Up heraus, aus diesem Trainings heraus, da geht es dann darum, eben aus den Interessenten dann deine Kunden zu machen und wie du dieses primäre Geschäft dann aufbaust, das ist erstmal, ich sag mal, das ist eigentlich deine persönliche Sache. Ja, viele gehen auch bei uns im Team über persönliche Gespräche, dass sie quasi über Skype mit den Menschen Kontakt aufnehmen, ja, dass sie über Facebook mit den Menschen Kontakt aufnehmen, dass sie, ja, Menschen in Facebook anschreiben, dass sie, ja, einfach direkt auf die Leute zugehen, aber dass auch wenn, zum Beispiel auf eine E-Mail geantwortet wird, dass man sich dann zu einem Gespräch verabredet, ja, das kannst du entweder persönlich machen, du kannst es aber auch über Video machen, ja, so wie du jetzt dieses Video anschaust zum Beispiel. Du kannst es über deinen Blog machen, ja, es gibt, es gibt so viele Möglichkeiten, wie du dann mit deinen, ja, Interessenten in Kontakt treten kannst und mit ihnen dementsprechend arbeiten kannst. Ich zum Beispiel gehe auch gerne den Weg, wenn ich eine Anfrage habe, dann über E-Mail, dass ich sage, hey, lass uns das einfach mal kurz persönlich besprechen, hier hast du meine Skype-Adresse, lass uns mal kurz skypen und dann spricht man zusammen, sieht, welche Fragen sind noch da, kann die Fragen dann noch klären, kann sagen, okay, hier hast du den Link, melde dich bei mir an, du bekommst dann das und das und das und das sind die nächsten Schritte. So, und du siehst also dieses System, ja, es ist ein Konzept, es ist ein Geschäftsmodell, das nachweislich funktioniert und das Schöne an diesem Geschäftsmodell ist ganz einfach, dass es so lebt, wie du es willst. Das heißt, deine Persönlichkeit, ja, wird in diesem Geschäftsmodell eben Menschen anziehen, die zu dir passen, ja, die, mit denen du Spaß haben wirst zu arbeiten und das ist das Entscheidende an der ganzen Geschichte. Ich will jetzt das Ganze hier gar nicht totquatschen, ich denke, du hast ja verstanden, ja, was Attraction Marketing ist, was es für dich tun kann und ich hatte zu Beginn von zwei Tools gesprochen, die du brauchst, um dieses, ja, um dieses Modell und dieses Konzept, ja, zu installieren und am Laufen zu halten und diese zwei Tools, die habe ich dir einfach jetzt mal unterhalb des Videos bereitgestellt. Wenn du willst, schau dir die weiteren Informationen an, klick die Buttons zu den einzelnen Tools, dort findest du dann weitere Informationen zum jeweiligen Tool und wenn du Fragen hast, dann nimm gerne auch mit mir Kontakt auf, beziehungsweise mit der Person, die dich auf dieses Video eingeladen hat. In diesem Sinne hoffe ich und ich bin davon überzeugt, dass dieses Video, ja, einen enormen Mehrwert auch für dich haben kann, wenn du so wie ich erkennst, welche Power in diesem, ja, System steckt. Ich wünsche dir jetzt alles, alles Gute, maximalen Erfolg mit diesem System und, ja, dass alles in Erfüllung geht, was du dir wünschst. In diesem Sinn, alles Gute, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao. Ja, du hast jetzt gesehen, wie wir arbeiten, wie Attraction Marketing funktioniert und eine kleine Anmerkung noch, dieses System, so wie ich es dir jetzt geschildert habe, musst du gar nicht mehr ganz komplett aufsetzen, sondern wir haben quasi mit den Tools, die du unterhalb des Videos findest, quasi für dich alles schon fix und fertig vorbereitet. Du bekommst unsere Sale-Funnels, du bekommst unsere, ja, Verkaufs-Webseiten, du bekommst unsere Landing-Pages und kannst, ja, wenn du noch kein eigenes Business hast, sofort starten, kannst sofort loslegen und, ja, alles ist schon bereits vorbereitet, dann mit deinen Links hinterlegt und, und, und. Also viel, viel Arbeit, die du dir gar nicht mehr machen musst. Und gerade wenn du im Network Marketing tätig bist, ist das ein ganz entscheidender Vorteil, weil, man darf eins nicht vergessen, das Thema Duplikation. Wenn du heute in diesen, in diesen technischen Bereichen tätig bist, werden auch Menschen zu dir kommen, die mit Technik vielleicht nicht so viel am Hut haben, die aber trotzdem im Internet auf dich gestoßen sind und denen kannst du jetzt einfach mit nur einem Klick alle deine Materialien zur Verfügung stellen, so dass die einfach sofort anfangen können zu arbeiten, keinen technischen Schnickschnack kennen müssen und es ist ein ganz entscheidender Vorteil, dass du und deine Organisation, dass sie ja schnell wachsen können. Und wenn du da noch Fragen hast, findest du jetzt unterhalb des Videos, wie gesagt, die zwei Tools, die du benötigst, um erfolgreich, ja, Attraction Marketing betreiben zu können. Du findest weitere Informationen zu den Tools und wenn da noch Fragen offen sein sollten, stehen wir dir natürlich, ja, sehr, sehr gerne zur Verfügung. Also, wende dich an die Person, die jetzt dich zu diesem Video eingeladen hat. In diesem Sinne wünsche ich dir alles, alles Gute, maximalen Erfolg, dein Oliver Schirmer. Ciao, ciao.